Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Röntgen Dead by Daylight. Wir spielen heute wieder mal mit Kate. Und zwar im Sumpf. Ich hab wieder meine gute Kiste dabei, weil ich ja dieses Addon habe. Mit dem ich meine Sachen quasi nicht verliere, wenn ich sterbe. Alles also halb so wild. Daylight. Ich hatte schon lange kein Daylight mehr mit dir, Daylight. Mir gefällt das mit deiner Jogginghose, David. Gentleman, okay. Dieses Ruin. Haben wir es mit einer Hexe zu tun? Ja, ich mach hier weiter. Klar. Klar wie Kärchen. Dann brauche ich ja kein Gentleman machen. Erst dann, ich kriege jetzt eine Milliarde Skillchecks. Dann schon. Den habe ich gerade so geschafft. Noch kein Killer in der Nähe. Noch kein Killer in der Nähe. Das war... Oh nein. Oh nein. Bitte nicht. Mann. Warum denn jetzt? Okay, jetzt reicht's. Oh shit, nee. Er ist in der Nähe. In den Mayas. Ich sehe nicht, wo ich fürchte gerade permanent. Er könnte mir hier gleich auflauern. Komm, wir ziehen durch weiter. Bitte nicht mehr so viele Skillchecks. Uh. Mayas hat eine Besessenheit. Bitte. Ich hab den gleich fertig. Ich schätze mal, sämtliche Leute, die hier gerade auf der Map sind, machen dasselbe wie ich. Sie suchen nach dem Totem. Sonst würde hier bestimmt schon was passieren. Ich habe es noch nicht entdeckt. Person X ist bereits wieder frei. Es ist zwar nicht das richtige Totem, wir machen es trotzdem kaputt. Da hat sich natürlich dieselbe Person wieder gekrallt. Nicht schön. Was ist von hier irgendwie? Die wird hier ständig runtergeholt und wieder... Und dann wird sie doch wieder erwischt. Hä? Ist das jetzt ein Spiel? Oder wird sie da wirklich gerade hart abgefarmt? Totem? Aber wieder nicht das Richtige? Oh, nie, ne? Na gut, ich kann sie aber fast... Ich kann sie fast verstehen. Hä? Aus dem Schrank gefischt. Das geht gut los, ja. Das geht gut los, ja. Leuchte ich nicht heilen. Doch? Gut. Das Maya-Star kredenzt in unsere Richtung. Nein. Oh, da bist du schon drin. Aber schön. Ich habe gar nicht gesehen, dass sie da reingegangen ist. Scheiße nochmal. Gibt es hier einen Keller im Boot? Ne. Gut. So, jetzt komme ich mal schnell retten. Bist du blöd? Geht. Nein. Lass mich hier rüber. Ciao. Was ist denn los mit dieser Runde? Er hatte definitiv Diabolik 3, das heißt, er kann kein Spiegel Mayas sein. Was ist denn hier los? Das lief mit der Nia und Meda sehr unglücklich gerade. David, suchst du immer noch nach dem Totem? Er hat mich nicht gesehen, aber ich habe ihn gesehen. Das dockt sich hier durch die Map. Gehen wir mal ein Risiko ein. Letzte Chance, sie zu retten, sonst ist sie weg. So, dafür will ich aber eine Dankeskarte! Schwein gehabt. Er hat zu früh zugeschlagen. David, hast du aufgehört, nach dem Totem zu suchen? Es tut mir leid. Ich bin von Natur aus ein feiges Huhn. Okay, die ist jetzt aber Ripp. Du, mich bitte nicht aus dem Schrank. Bitte, Mayas, hör. Nein, ich bin nicht im Schrank. Nein, ich bin nicht im Schrank! Warum? Warum holt die mich immer alle aus dem Schrank? Ich hasse einfach alles. Der hat sowas von Barbecue und Chili, dieser Mayas hier. Ich möchte schreien. David, ich werde bekämpft von so einem Perversen mit Maske. David! Ich habe doch deine rote Jogginghose gelobt. Rette mich, bitte! David! David, ich liebe dich! David, rette mich! Bitte rette mich! Bitte melden! David! Nein! Nein, das ist nicht dein Ernst! Er lässt mich zurück! David! Mein Herz ist gebrochen! Warum tust du das? Warum? Ich hätte alles für dich getan! Ich trage Bluse mit Ausschnitt ohne BH, nur für dich! David! Das Karma kriegt euch alle! Er hat meine Liebe nicht erwidert! David! David! Wenn du jetzt stirbst, David! Wenn du es nicht anders verdient hast! Du untreuer Scheißkerl! Du untreuer Scheißkerl! Nein! Lauf, David! Lauf um dein unwürdiges Leben! Immer wenn ich dich gebraucht habe, warst du nicht für mich da! Ich muss mich eher holen, dir! Ja! Na, wie fühlt sich das an, David? Alleine und gejagt. Niemand da, der dir hilft. Und die Luke war so nah. Ciao. Bitte. Ab an den Haken mit David. Und somit ist auch der letzte von uns tot. So. Da hat's uns alle erwischt. Kein Entkommen für niemanden. David? Das muss ich jetzt erstmal verkraften. Wir sind uns in der nächsten Runde. Das tut.